Hallo, ich bin Nathalie Schmidt, Ihr Feel-Best-Coach. Schön, dass Sie auf meiner Homepage vorbeischauen. Sind Sie genervt von Ihrem Job? Oder haben ein Zipperlein, was Sie quält? Vielleicht möchten Sie auch nur den Grund wissen, warum Sie nicht wirklich gesund werden. Ich bin davon überzeugt, dass es für all das eine Lösung gibt. Und diese Lösung liegt in Ihnen. Das hört sich ziemlich platt an. Aber glauben Sie mir, ich konnte schon vielen Menschen weiterhelfen. Und jedes Mal lag die Lösung für die Sorgen und Probleme in Menschen selbst. Wie funktioniert das? Für Sie ganz einfach. Wir sprechen miteinander und Ihr Unterbewusstsein gibt mir dabei einen Hinweis. Im Grunde bin ich so eine Art Spiegel, die Ihnen bei der Lösungsfindung hilft. Jetzt kommt der unangenehme Teil. Wenn Sie die Lösung kennen, liegt es an Ihnen. Denn nur wenn Sie etwas verändern, löst sich das Problem auch wirklich auf. Es geht es also darum, sich der Gründe bewusst zu werden und danach zu handeln. Im Gesprächscoaching finde ich gerne mit Ihnen die Ursache und begleite Sie auf dem Weg. Jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden. Nehmen Sie die blaue Pille und Ihr Leben bleibt, wie es ist. Oder bevorzugen Sie die rote Pille und nehmen Ihr Leben in die Hand. Ich freue mich auf Sie! Ich freue mich auf Sie!